In diesem Video möchte ich Ihnen mein Handy Stativ vorstellen, ganz einfach aufgebaut aus einem Schneebesen, in dem das Handy eingefädelt wurde und einem Glas oder einer Dose voll mit Reis bzw. Gerste oder Hirse oder was auch immer. Und das war es auch schon. Das Handy hält sehr gut in dem Schneebesen und kommt jetzt einfach hier in dieses Glas und kann nun in jedem Winkel ausgerichtet werden und gedreht werden. Und hält auch dann in diesem Winkel, sodass man das Display beobachten kann, die Kamera auf das Objekt ausgerichtet ist. Okay.